Hallo und herzlich willkommen zum Advances Friday. Ich spiele mal wieder das Spiel Heroes of the Storm. Jetzt weiß ich gar nicht mit welchem Charakter ich spielen wollte. Spiel. Spielsuche. Welche waren das? Diablo habe ich. ETC habe ich. Gutslow habe ich. Lily habe ich. Mafhorias habe ich. Muradin habe ich. Den habe ich nämlich. Raynor. Okay ich spiele mit Raynor. Raynor finde ich eigentlich ganz okay. Schauen wir erstmal seine Fähigkeiten an. Der hat Durchschlags-Modulation. Mut machen. Dann die Heilung. Und so angriffsreich weiter. Wir schauen uns. Die Talente an. Die er vergeben kann. Ähm. Ich denke mal. Ich laufe die ganze Zeit mit. Jemandem mit. Ich. Werde eher auf Heiler gehen. Wenn ich den. Will ich. Auf. Dingens gehen. Ich mag solche Sachen nicht. Die man immer aktivieren muss. Dann will ich lieber. Das hier. Schützenkönig nehmen. Dann will ich hier. entweder. Heil nehmen. Oder das nehmen. Kommt ganz drauf an. Ob ich allein gehe. Oder mit jemandem. Oder ne. Ich gehe da drauf. Selbstvertrauen. Freischuss. Ja. Hier will ich über. Hyperion gehen. Das ist ganz cool. Oder. Wenn ich. Heilen soll. Gehe ich da drauf. Die war noch mit heilen. Oder. Es war noch diese kleinen. Na. Ich weiß es nicht. Habe ich noch nie genommen. Ich habe immer Hyperion genommen. Jo. Dann nehmen wir den Schuss. Dann nehmen wir den Schuss. Aber wenn ich allein laufe. Gehe ich auf der. Fähigkeitsstufe Q. Durchschlagsmunition. Und. Und. Wenn ich mit jemandem laufe. Dann werde ich auf W. Und auf E. Gehen. Was haben wir hier. E. Hier wird. 2. W. Oder bleibe ich auf E. W. Oder ich glaube auch. Ich weiß nicht. Weil ich auch weh. Was macht der weh hier. Mut macht. Mut macht. Geht sich auch gut an. Ich glaube ich werde da noch weh gehen. Ich glaube ich werde da noch weh gehen. Ich dachte gerade hier voll was sind das. Könnte man fast sagen. Das wäre hier ein Körper oder. Hier der Kopf. Hier die Schultern. Dass es so schief steht. Ich stehe wieder Sachen. Nee nee nee. Aber der hat ein cooles Motiv hier den Tiger. Der Tiger. Den Sebelzang Tiger. Den Sebelzang Tiger. Den Sebelzang Tiger. Ich werde heute. Für nächste Zeit erst mal das letzte Video machen. Dann auch erst mal eine Pause machen. Ich weiß auch nicht wie lange die Pause gehen wird. Vielleicht Monate. Vielleicht Jahre. Keine Ahnung. Weil meine Freundin sich beschwert hat. Dass ich so wenig Zeit für sie habe. Also wird das erst mal mein letztes Let's Play sein. Die sind zu zweit unten. Gegend. Dass ich so wenig Zeit , der Kampf beginnt in zehn Sekunden. Na gut. Dann gehe ich hier auf. Einzig Kämpfer. 3, 2, 1 Worauf wartet ihr noch? Hört sich gut an Na, bin ich ja mal gespannt Ich Einzelkämpfer Wow Ich hab das erste Blutgold Wach Aber klar doch Ist das zu zweit hier auch noch bei mir Aber klar doch Was muss das Nein Ach, shit Hat sie mich noch voll erwischt Das ist ganz wichtig Da müssen wir uns einsam nehmen Zu spät Zu spät Spät Lauf genau durch, ich trottel. Du kannst auf mich zählen. Du liebe Güter. So. 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 Nein, was mache ich da auch? Ich habe mich gewundert, warum die Tasten nicht gehen. Ich habe die ganze Zeit falsche Tasten gedrückt. Ich war die ganze Zeit wieder auf 1, 2, 3, 4. Ah, Mist. Hupsa. So. Oh ja, das ist ja so. Der Fluch sei aufgehoben, bis wir ihn noch mit uns verringt, natürlich. Der Fluch sei aufgehoben, bis wir ihn noch mit uns verringen. Das sieht ja jetzt richtig übel aus. Aber immer noch, ich wollte mal sagen, der Beste aus unserer Gruppe. Das war ein tolles Mal. Was? 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 Oh Wollen wir sehen, wer mir dieses Mal genügend Tribut zählt? Und hält nichts mehr auf. Wollen wir sehen, wer dieses Mal genügend Tribut zählt? Die haben den Boss gelegt. Die haben den Boss gelegt. Das war aber schon mal sehr gut. Gut, jetzt war ein durch. Und... Mehr Flächen. Wieder oben müssen kaputt gemacht werden. Jetzt kommen die Minions schon mal gar nicht durch. In der Mitte kommen jetzt noch die starken Minions. Unten kommen auch die starken Minions. Das ist gut. Es läuft, es läuft. Ich schätze, sowas kommt vor. Zeigen wir es Ihnen. Komm, geh mal oben lang. Das müssen wir die oberste Lame pushen. Boss, Boss. Schaff ich allein nicht. Ich bin eurer lächerlichen Streiterein. Ach, die Brau war nicht mehr. Die Brau war nicht mehr. Boah, bin ich schlecht geworden. Wir müssen nur noch den einen Turm da oben kaputt machen. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Du bist gut. ich glaube zwar nicht dass es noch einmal dazu kommen wird vorrangig Was muss, das muss. Was muss, das muss. Was muss, das muss. Die sind irgendwie mehr an Deffen als alles andere. In der Mitte. Oh man, daran werde ich mich nie gewinnen. Hört sich gut an. Wollen wir sehen, wer mir dieses Mal genügend geht? Ach, zu spät. Jetzt haben wir verloren. Das war's. Auch wenn wir unten schneller sind. Aber das glaube ich nicht. So, das war's für's erste Mal mit meinen Let's Play Games. Ich hoffe euch haben die Folgen gefallen. Und ich würde mich freuen, wenn wir irgendwann einmal wiedersehen. Wenn wir mal Statistik anschauen. Bin ich weit abgekackt. Das gibt's ja gar nicht. Na ja. Dann, bis auf einmal. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.